Wutbürger-Videos, so richtig mit Schaum vorm Mund. Letzte Woche hier die Wohlstandskiller Nummer 1. Wie gefährlich sind die Grünen? Und jetzt auch noch die Ökostrom-Lüge mit Hans-Werner Sinn, wie er unsere Klimapolitik zerstört. Wenn man das sieht, dann könnte man ja meinen, das ist hier jetzt auch nur noch so ein Kanal für irgendwelche unbelehrbaren Klimawandelsleugner. Ja, nichts liegt mir ferner. Nur, es ist ein ernstes Thema. Es gibt eine Klimapolitik, die jetzt durchgezogen werden soll. Und ob die funktioniert oder nicht, davon hängt in einem hohen Maße unser Wohlstand ab. Und es ist aber leider nicht abwegig, dass die Annahmen von dieser Politik falsch sind. Die Klimapolitik rettet sie uns, ruiniert sie uns oder beides oder auch keines von beiden. Die EU will bis 2050 komplett klimaneutral werden. Kann sie das überhaupt schaffen? Und schafft sie das auch zu halbwegs vertretbaren Kosten? Weil wenn nicht, dann wandert ja Industrie in andere Länder ab, die solche Umweltkosten und Umweltauflagen nicht so haben. Und das hilft dann dem Klima ja überhaupt nichts, sondern wir schießen uns nur selber ein Loch ins Knie. Das hier habe ich letzte Woche auch schon gezeigt. Der deutsche Primärenergieverbrauch im letzten Jahr. Also nicht nur Strom, sondern auch Heizen, Verkehr, die Wirtschaft, alles. Nur 17% sind bis jetzt aus alternativen Energien. Dann waren da noch 3% Kernenergie, die sind jetzt auch weg. Und der ganze Rest, also 83%, das sind fossile Energie, die man dann auch noch ersetzen will. Ist aber kein Problem, weil Wind und Sonne kriegen wir zum Nulltarif. Das sagt zum Beispiel Karin Göring-Eckardt von den Grünen. Denn darum wird Strom jetzt auf jeden Fall immer billiger, je mehr alternative Energien wir haben. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten. Das hier ist von JP Morgan. Die Stromproduktionskosten in Dollar pro Megawattstunde von 2009 bis 2021. Die Kosten für Atomstrom zum Beispiel, das Ockerfarbene, die sind gestiegen. Die Kernenergie ist zuverlässig, aber sie ist nicht mehr besonders billig im Vergleich. Kohle und Erdgas sind grün und lila, die sind ungefähr gleich geblieben. Sie waren jahrzehntelang die günstigsten Energieträger und sind dann aber überholt worden von der Windenergie, hier in Grau. Bei den Windkraftwerksbauern, da hat es ja auch einen brutalen Wettbewerb gegeben. Das sieht man auch an den Aktienkursen von denen. Und noch dramatischer war es bei den Solarzellenherstellern. 2009, da war Solarenergie noch schweineteuer, aber jetzt ist sie sogar die günstigste Energie überhaupt. Es kommen jetzt auch neue Großsolarkraftwerke in der Wüste, in Chile, in Saudi-Arabien, in Abu Dhabi, mit Produktionskosten von nur noch einem Cent pro Kilowattstunde. In Al-Schweiba, in Saudi-Arabien, da soll der Verkaufspreis in Zukunft bei 1,04 US-Cent liegen pro Kilowattstunde. Der steht schon fest, das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Das Ganze natürlich auf Kosten von den Solarzellenherstellern und auch von den Aktionären von denen. Der Wettbewerb da ist knüppelhart im Moment und die Aktien von denen liegen am Boden. Und dazu kriegen Sie von mir diese Woche eine neue Hauspost. Wir sind jetzt nach dieser harten Korrektur. Wie sind da jetzt die Aussichten für den Solarsektor? Wird da für Anleger wieder interessant? Und wenn ja, wo und welche Bereiche? Und das alles ist natürlich für Sie kostenlos. Und wenn Sie die Berichte von mir noch nicht kriegen, Sie bekommen sie auf www.heinrichs-hauspost.de diese Woche zum internationalen Solarsektor. Aber, eins ist schon mal klar, Solarstrom ist ja an sich jetzt spottbillig. Darum rüsten wir doch einfach auf dem jetzt um und dann ist das alles auch kein Thema mehr. Nur, wie sieht es in der Realität aus? Die Grafik hier ist auch von JP Morgan, aber wahrscheinlich von einer anderen Abteilung von denen. Senkrecht die Strompreise in verschiedenen Ländern und waagerecht, das ist der Anteil von Windstrom und Sonnenstrom. Und das 2020, also noch vor dem Ukraine-Krieg. Und das ist relativ niederschmetternd. Je mehr Wind- und Sonnenstrom, desto mehr müssen die Leute dafür ihren Strom im Durchschnitt auch zahlen. In Deutschland ist Strom sowieso am teuersten, völlig klar. Dann Dänemark, da ist er auch noch sehr teuer, aber dafür wenigstens auch ein relativ hoher Anteil an alternativer Energie. Und es gibt positive Ausreißer, Litauen zum Beispiel. Relativ viel alternative Energie und noch relativ niedrige Kosten. Aber im Großen und Ganzen, da haben die Länder mit wenig alternativer Energie auch die niedrigsten Strompreise. Ungarn, Bulgarien, Polen, die Niederlande und so weiter. Warum? Klar, am Anfang, da war alternative Energie sehr teuer und man hat hohe Preise den Erzeugern garantiert, damit da überhaupt noch jemand investiert. Und das schleppt man immer noch mit. Aber was noch viel schlimmer ist, die niedrigen Kosten für Solarkraftwerke und Windkraftwerke, die gelten natürlich nur für die Zeit, in der sie laufen. Und das tun sie aber eben nicht immer. Und obwohl es eigentlich klar ist, aber es wird doch immer wieder vergessen, Strom ist nicht wie Öl oder Gas oder Holz. Man kann ihn nicht in der Scheune stapeln, man kann ihn auch nicht in den Tank füllen, sondern er muss dann produziert werden, wenn er auch verbraucht wird, sonst hat man ein Problem. Das ist die installierte Kraftwerksleistung in Deutschland von 2002 bis 2021. Der Verbrauch, der hat sich in der ganzen Zeit fast nicht verändert. Aber 2002 ist man mit Kraftwerken ausgekommen, mit 115 Gigawatt Leistung, davon damals 10% alternative Energie, der Rest Atomkraft und fossile Energie. 2021, da war der Anteil der alternativen Energien schon bei 55%. Den Rest hat man aber trotzdem nicht wirklich abschalten können, weil man ihn immer noch braucht als Reserve, wenn die alternativen Energien eben nicht liefern. Das heißt, beim gleichen Verbrauch muss man jetzt Kraftwerke haben in Reserve mit einer Leistung von 222 Gigawatt fast das Doppelte und das mit einer viel niedrigeren Auslastung. Und das kostet immens Geld. Die Grafik ist aus dem Buch Der Unpopular Truth von Lars Schernikau und William Smith. Ich habe sie aber aus einem Beitrag von Peter Frech von der Vorgesellschaft Quantex, wo das hervorragende alles beschrieben ist, das Dilemma. Sie kriegen hier auch den Link auf den Beitrag unter dem Video jetzt. Eine Solaranlage mit einer Kapazität von 100 Megawatt produziert in Deutschland im Durchschnitt nur 11 Megawatt pro Stunde. Wenn mittags die Sonne runterknallt, dann ist sie fast voll bei 100 Megawatt. Aber wenn das Wetter schlecht ist, dann ist sie plötzlich nur noch bei 20 und in der Nacht ist sie dann sowieso bei 0. Und bei Windkraft ist das alles ein bisschen besser, aber auch da gibt es anscheinend ganze Wochen, wo sie wirklich nur 2% von ihrer Kapazität produzieren. Und wenn beides zusammenkommt, wenn es also Nacht ist und es weht auch kein Wind, dann kommt der Horror für die Versorgung ab. Die Dunkelflaute. Weihnachtsabend, keine Sonne, kein Wind, kein Strom. Genau dann, wenn der Bub gerade die neue Playstation anschließen will. Aber Weihnachten nur mit Kerzen ist ja sowieso viel schöner. Und ohne Heizung dann auch. Man braucht die fossilen Kraftwerke also in der Hinterhand und je mehr alternative Energien man hat, desto mehr Reserve braucht man auch, die man dann aber nicht richtig auslasten kann. Und so wird es dann immer noch teurer. Das hier ist aus einem Vortrag von Professor Hans-Werner Sinn. Jetzt sind wir endlich bei ihm. Das obere Goldfarbene, das ist der deutsche Stromverbrauch im Jahr 2019. Das schwankt natürlich stark von Tag auf Nacht und so weiter und auch über die Wochentage hinweg. Und das untere, das ist der Strom aus Sonne und Wind. Und man sieht, manchmal deckt der den Verbrauch schon komplett ab sogar. Aber oft haben wir eben dann auch Riesenlücken, die mit anderem Strom abgedeckt werden müssen. Und jetzt kommt der Spaß. Hier ist beides einfach mal verdoppelt, weil wir haben ja in Zukunft Elektroautos und Wärmepumpen. Wir wollen ja die ganze fossile Energie letzten Endes durch Strom ersetzen. Und da ist eine Verdopplung eigentlich noch gar nichts. Aber in den vielen Dunkelflauten, da ist die Wind- und die Solarproduktion natürlich immer noch fast bei Null. Und dadurch haben wir Versorgungslücken dann teilweise von 100.000 Megawatt, ist gleich 80 Kernreaktoren vom Typ Gund-Remmingen. Wie wollen wir diese Lücken füllen, wenn nicht mit einer riesigen fossilen Reserve? Und man redet ja immer von den großen Stromspeichern in Zukunft, aber die haben wir einfach noch nicht. Und die sind auch unglaublich teuer. Und ich zitiere ja wieder JP Morgan, die Energie zu speichern von einem Barrel Öl mit einem Öltank, das kostet einmalig 15 bis 18 Dollar. Wenn man die gleiche Energie als Elektrizität speichern will, also 1700 Kilowattstunden, dann kostet die Anlage dafür 510.000 Dollar, eine halbe Million. Das war 2021. Die Technik macht natürlich Fortschritte, aber trotzdem, es ist völlig abwegig, dass man damit für ganz Deutschland jetzt Produktionsschwankungen ausgleichen kann. Vielleicht irgendwann mal für ein paar Tage oder von Tag auf Nacht, aber nicht zwischen Sommer und Winter und solche Dinge. Die einzig denkbare Lösung ist vielleicht Wasserstoff und da sind aber 70 bis 80 Prozent der Energie nach der Umwandlung dann aber weg. Das ist das große Problem der Energiewende, die Speicher. Wenn Sie da eine gute Idee haben, bei sich zu Hause im stillen Kämmerlein, dann bringen Sie sie raus, gehen Sie raus damit und Sie werden wahrscheinlich Multimilliardär. Das ist nicht der einzige Kritikpunkt von Hans-Werner Sinn. Hans-Werner Sinn kennen Sie wahrscheinlich. Er war der langjährige Chef vom Münchner IFO-Institut und er ist auch einer der härtesten Kritiker der deutschen und der europäischen Klimapolitik. Und das nicht, weil er jetzt den Klimawandel leugnen würde. Aber damit ist er trotzdem für viele zu so einer Art Unperson geworden. So der fiese, destruktive Gnom aus den Wirtschaftswissenschaften. Die Grafiken von vorhin, die habe ich aus einem Vortrag, den Hans-Werner Sinn gehalten hat, vor einem Monat an der Uni Luzern. Und auch dazu kriegen Sie hier den Link unter das Video. Das Video mit diesem Vortrag, das dauert eine Stunde und 41 Minuten, aber ich empfehle es Ihnen trotzdem, weil es sind viele, viele interessante Gedanken drin und er trägt die natürlich auch wie gewohnt hervorragend vor. Und eine von seinen provokantesten Thesen, die hat er eigentlich schon 2008 veröffentlicht, in seinem Buch Das grüne Paradoxon. Nämlich, Öl, Gas und Steinkohle, die werden auf dem Weltmarkt gehandelt. Und sobald zum Beispiel jemand wie die EU sagt, wir verzichten jetzt drauf, dass wir diese Rohstoffe verbrennen, dann kommt jemand anderer und sagt, Dankeschön, wir nehmen sie. Und das läuft eben über den Preis, der richtige Preis, der räumt am Ende den Markt. Und warum? Die Sonne schickt uns ja keine Rechnung, haben wir gehört. Aber Öl schickt uns ja eigentlich auch keine Rechnung. Das Öl ist da, das ist auch schon im Boden und die Förderkosten, die sind nicht besonders hoch. Und für die Produzenten ist ja eigentlich auch nur eins wichtig, dass sie das, was sie haben, am Ende alles verkaufen. Und damit wird dann ja auch alles verbrannt. Und wenn das so stimmt, wie Hans-Werner Sinn sagt, dann bringt der Verzicht der EU im Alleingang nicht nur sehr wenig, sondern dann bringt er tatsächlich gar nichts. Stimmt das oder redet Professor Sinn Unsinn? Und den Karl Lauer, den hört er jetzt wahrscheinlich ganz sicher zum ersten Mal. Bis jetzt, muss man leider sagen, spricht nichts dagegen, was er sagt. Das ist zum Beispiel der globale Ölverbrauch. Die Grafik ist von Statista. Der ist kurz zurückgegangen in der Corona-Krise. Aber an sich geht er eben stetig hoch. Es ist fast schon eine gerade Linie. Und dieses Jahr sind wir ja auch schon wieder auf einem neuen Rekord von 102 Millionen Barrel pro Tag. Obwohl bis jetzt ja auch schon sehr viel alternative Energie installiert worden ist weltweit. Aber das hat bis jetzt anscheinend Öl nicht aus dem Markt gedrängt. Und die globalen CO2-Emissionen, die sind natürlich jetzt auch schon wieder auf einem neuen Rekord hoch. Und zur Zeit ist die Situation ja sogar die, dass die Saudis und die Russen die Ölproduktion ja sogar drosseln. Und sie wissen aber auch, dass sie es sich im Moment auch leisten können. Wie geht das alles weiter? Es ist schwer zu sagen. Es gibt auch andere Prognosen. Hier zum Beispiel aus dem Energieausblick vom Ölkonzern BP. Der Anteil der fossilen Brennstoffe am Energieverbrauch weltweit bis 2050 in verschiedenen Szenarien. Und da geht man durchaus davon aus, dass der zurückgehen wird. Nur werden es die Produzenten, die das Öl ja haben im Boden, werden es die wirklich zulassen, dass sie es am Ende nicht verkauft kriegen. Wenn es nämlich dann billiger gemacht wird, dann findet es ja vielleicht doch wieder mehr Abnehmer. Und auch das hat es schon mal gegeben. 2014 hat Saudi-Arabien aktiv den Markt geflutet mit Öl und hat den Preis damals stark unter Druck gebracht. Damals wollten sie ihren Marktanteil verteidigen gegen die Fracking-Industrie aus den USA, die neu hochgekommen ist. Heute wissen wir, das wäre gar nicht nötig gewesen. Der Markt hat auch dieses zusätzliche Öl aus den USA aufgenommen. Problemlos. Aber dass die Produzenten den Preis selber drücken, damit ihr Öl attraktiv bleibt, auch das hat es eben schon mal gegeben. Auf der anderen Seite nehmen wir wieder diese wie Wüsten-Solar-Kraftwerke. Ist das dann nicht vielleicht am Ende doch so attraktiv, dass viele am Ende sagen, damit können wir doch leben und damit ersetzt die Welt jetzt einfach das Öl und es bleibt im Boden. Schluss, aus. Und vielleicht kann man damit ja sogar dann grünen Wasserstoff auch machen für die ganze Welt. Zu vertretbaren Kosten. Nur auch das hat natürlich Pferdefüße. Die Bundesregierung, die war letztes Jahr ja überall unterwegs und hat große Wasserstoffabkommen abgeschlossen. Mit Kanada, mit Chile, mit Namibia. Aber wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, wenn diese Länder erstmal ihren eigenen Strom mit alternativen Energien produzieren? Das wäre für das Klima zehnmal besser, bevor man jetzt den Wasserstoff bis zu uns schippert, um die halbe Welt und mit riesigen Energieverlusten. Aber dann erreichen wir ja unsere Klimaziele nicht. Und wenn man jetzt zehn Millionen Euro hätte und man will die in ein Solarkraftwerk investieren, dann kann man für das Klima auch doppelt so viel erreichen, wenn man dieses Kraftwerk in die Sahara baut und nicht bei uns. Aber dann erreichen wir auch wieder unsere Klimaziele nicht. Und was dann aber noch dazu kommt, wenn Saudi-Arabien oder wenn Chile jetzt in Zukunft wirklich billige Energie haben sollten ohne Ende, dann stellt sich die Frage, ob die dann wirklich in Form von Wasserstoff bis zu uns kommt für unsere Stahl- und Chemieindustrie oder ob diese Stahl- und Chemieindustrie dann nicht doch besser dran ist, wenn sie gleich abwandert nach Saudi-Arabien oder Chile. Man wird es vielleicht gar nicht verhindern können sogar. Und die Debatte, die wir im Moment haben über den Industriestrompreis, den Subventionierten, die sagt jetzt ja eigentlich auch schon alles. In Wahrheit glaubt ja auch bei uns keiner mehr, dass wir jemals wieder konkurrenzfähige Energie haben werden. Wenn sogar Ulrike Herrmann schreibt in der Taz, dass Ökoenergie zu teuer ist und dass das ganze grüne Wachstum eine Illusion ist, spätestens dann wissen wir doch, was die Stunde geschlagen hat. Und Ulrike Herrmann, die verordnet Deutschland jetzt grünes Schrumpfen, nur das ist natürlich leider nicht das, was die meisten anderen Menschen sich hier so vorstellen. Die Klimadebatte geht weiter und ich befürchte, es wird noch eine sehr harte Debatte. Und meiner Meinung nach gibt es auch nicht nur auf der einen Seite diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, wir müssen das Klima retten und es ist völlig egal, was es kostet. Und auf der anderen Seite dann die anderen, die sagen, Klima retten, wieso? Was soll der ganze Schwachsinn? Sondern ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die sich durchaus große Sorgen machen ums Klima, die sich aber auch zu Recht Sorgen machen und darum, ob das, was wir vorhaben, überhaupt was bringt oder ob wir da komplett auf dem Holzweg sind. Und als Anleger, da können wir uns ja sowieso darauf konzentrieren, auf das, was dann wirklich passiert am Ende und leider nicht darauf, ob wir das auch gut finden. Diese Woche kommt, wie gesagt, eine neue Hauspost, Heinrichs Hauspost, diesmal eben zum globalen Solarsektor. Und weil ich, anders als die Ölproduzenten, meinen Marktanteil hier schon lang wieder aggressiv verteidige, darum ist die Hauspost nicht nur noch günstiger für Sie als Solarstrom aus der Wüste, sondern sie ist für Sie gratis. Und Sie kriegen sie auf www.heinrichs-hauspost.de Und ich bin da natürlich auch schon auf Ihr Feedback gespannt. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.